Von Rüdesheim nach Assmannshausen Links fließt der Rhein, rechts fließt der Wein Am Berg die Riemen flühen im Sonnenschein Links fließt der Rhein, rechts fließt der Wein Von Assmannshausen nach Rüdesheim Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Am Rhein so schön Weil die Mädchen so lustig und die Murschen so durstig Darum ist es am Rhein so schön Am Rhein so schön Komm an den Rhein Willst du was erleben? Komm an den Rhein Wenn blühen die Reben Willst du von Herz an einmal froh und glücklich sein? Komm an den Rhein 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 Aber der Rhein Rhein Komm an den Rhein Untertitelung. BR 2018 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 kann hier immer noch Spaß haben. Besonders in der weltfamten Drosselgassen, der über 3 Millionen Besucher jedes Jahr hat. Das ist etwas, das Sie sagen, ein sehr spezielles Kind der Migration. Liebe Gäste, wir erreichen nun die Station Rödesheim, den letzten Haltepunkt unserer Rundfahrt. Vielen Dank, dass Sie mit der Bingen-Rödesheimer Fähr- und Stadion der Bingen-Rödesheim und Stadion des Flusses aus dem Blüten Glätschiff 3 Minute den Blüten-Rödesheim und Stadion des Bingen-Rödesheim 3 Minute 2 Minute 1 Minute Untertitelung des ZDF, 2020